heute machen wir einen kampf auf champion in vermächtnis von creed fortfahren gucken wie die kämpfen auf vermächtnis ich hab voll trockenen mund da ist gar nichts drin schweißer so Ich will mal den Untertitel wegmachen. So. Los geht's, Rocky! Oh! Ah, Scheiße! Ah, das ist so beschissen mit dem Ding. Ah, okay. Trotzdem gut. Guck mal, da ist der Rocky in Best Form. Es geht nur um heute, es gibt keinen Morgen im Boxsport. Put your hands together for our fighters, ladies and gentlemen. The time has come. Oh, der Riese! Oh, wow! Oh! 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 Komm her! Oh! Oh! Hey, let him hit me. Ja, das war's. Scheiße, komm! Der hat ganz schön Kraft, der O-Mann. Der hat ganz schön Kraft, der O-Mann. Der hat ganz schön Kraft, der O-Mann. Wow, der haut ganz schön fest da rein. Boah, ist der schon rotgebackst von mir. Es ist gebohrt. Oh, ich hab doch abgewehrt. Achtung, meine Güte. Puh, 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 Puh. Puh, Puh. Puh, Puh. Oh, ich hab doch abgewehrt. Puh, 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 Puh. 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 Puh, Puh. Puh, Puh, Puh. Puh, Puh. Puh, Puh. Wow, Alter. Der hat mich niedergeboxt. Alter. Scheiße. Ah, krass. Alter. Das geht's ja nicht. Japp, atta. Heißt so ein... Puh, Fuh.